Hallo, ich bin Alicia Röth. Ich bin Ilea Aurach. Ich bin Anzi Radamacher. Und ich bin Lorena. Und zusammen sind wir 2015 Belgischer Meister mit der 4x800 Meter Staffel geworden. Wir haben in unserer Kategorie Scholea gewonnen und wir waren die jüngste Mannschaft, die teilgenommen hat. Und 2016 möchten wir zum dritten Mal den Titel holen. Wir würden uns über eure Stimmen freuen. Wählt uns!